Deutsch lernen durch Hören Der Campingplatz Das Zelt Das Wohnmobil Der Rucksack Die Armbanduhr Die Axt Das Taschenmesser Der Campingtisch Der Campingstuhl Die Hängematte Der Campinghocker Die Paraffinlampe Die Taschenlampe Der Schlafsack Das Kopfkissen Das Lagerfeuer Der Campingkocher Der das Insektenspray Die Sonnencreme Der Grill Das Schweizer Messer Das Fernglas Der Kompass Die Landkarte Der Regenschirm Das Feuerzeug Das Feuerzeug Das Streichholz Der Campingtopf Der Grillrost Das Brennholz Die Grillkohle Die Handpumpe Die Handpumpe Der Wanderschuh Der Wanderschuh Die Isomatte Die Isolierflasche Die Isolierflasche Das Medikament Der Erste-Hilfe-Koffer Das Richtungsschild Der Karabiner Der Dosenöffner Das Campingbesteck Der Wasserkessel Der Espressokocher Der Campingteller Der Campingteller Der Campingbecher Der Regenponcho Der Sonnenhut Der Hammer Das Seil Das Seil Die Stirnlampe Die Powerbank Die Kühlbox Die Konserve Die Gitarre Die Gitarre Die Spielkarte Deutsch lernen Deutsch lernen durch Hören die o der Die 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 die